und spacki super keine munition mehr komm nur her du sau ja toll super komm schlag ihm eine und noch ja genau ab oder war da kann ja nichts dieser checkpoint ist so unfair gerichtet komm gehen wir mal da hoch eine etwas günstigere position das ist schon der dritte versuch also erst mal ein bisschen näher kommen eher gesagt da kommt der nächste warum sind ja von überall schießen genau so sieht es aus der checkpoint ist so mega unfair das glaubt er gar nicht so gut so langsam werde ich ein bisschen pisst von diesem level super das gilt doch jetzt mal die da die pump kann aus super keine munition mehr dann machen wir so und er ist tot haben wir fertig ich brauche eine waffe jawohl so jetzt sind wir da ja wohl ja was du kannst kann ich auch wer ist jetzt hier der chef halt auch die fresse da oben ehrlich tag scheiße nicht mit genau ich schieße mit drei kugeln in den brustkorb und vor ich hätte es aber gern die akk genau 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 geht doch weg und mein typ macht natürlich gar nichts dagegen ich sagte ja doch fertig ich die kai hier stirbt genau so dann gehen wir jetzt mal weiter endlich 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 auch wenn die beleuchtung sehr schick ist ab das ging jetzt gerade auf den sack puh so weiter geht's ich werde jetzt kommen da oben noch paar zehn sniper oder so hier ist keiner das ist schon mal ein bisschen erfreulich hm hier sind wir wohl an diesem punkt angekommen kommt jetzt eine kleine sequenz jawohl das war wohl nix das ist ein ja oh ich wusste dass das zu einfach wäre warte 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 vor tausend jahren war das kein lagerraum nein 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 man wir übersehen etwas was okay irgendwas großes wahrscheinlich hey warte doch mal die statuen siehst du eine hat oben eine unten ja sieh mal oben unten es ist dasselbe thema wieder und wieder also eine weitere brotkome auf dem weg es sieht fast so aus das teleskop ja klar jetzt schauen wir mal wo wir jetzt hin müssen das war falsch da fehlt wohl die dritte statu ähm hey hey oh da hinten gell oder da wo es leuchtet kam hey ich will jetzt dieses teleskop verwenden alter wirst du mich verarschen das habe ich schon gesehen ich kann doch jetzt gar nicht blättern ja ja das wissen wir jetzt auch schon dieses symbol das ist da hinten nochmal ich hätte gerne das teleskop oder kann man hier irgendwas machen nö ach da ist ja auch das symbol auf dem boden ja ach hier ja diesmal ist es vielleicht nicht oben genau jetzt kann ich es verwenden warte ja da aha wie unten so oben okay dann müssen wir wohl da runter oder okay bewegt das visier nach oben da ist doch was was siehst du nö da da sehe ich nichts da sehe ich auch nichts nach oben bewegen warte mal von da aus nach oben bewegen ach da ja diese säuen ja sieht gar nicht so aus genau ist gar nicht auffällig oh gott jetzt kommen die schon wieder die scheiß Arschblecher sie sind da drüben sie haben uns komm schon charlie wir können hier nicht bleiben wir müssen weg da war guter schuss genau hey ich muss den laser typ erstmal abknallen damit er jetzt nicht weiter auf den zack geht und da ist noch einer mit dem fuck laser jetzt aber nicht mehr okay dann gehen wir echt mal jetzt weiter darum kommen schon wieder welche solche Arschlöcher wow shit und noch einer zack zack gekreist nix da sop jetzt gehen wir echt mal weiter ich will jetzt wissen was sich hinter dem Schatz verbirgt oder nicht hinter diesen Säulen eher ach deine mom hier gar nichts sop das auch noch hier hier nehmen wir die Waffe weil die haben wir noch damals da ist noch ein bisschen money drin und so ein bisschen distanz ey WTF von wo bekomme ich Schaden ja genau von hinten da liegt so eine Granada wo jetzt müssen wir kurz mal in Deckung ich habe nämlich kein bock hier zu sterben okay dann läuft es jetzt wieder laden ein bisschen nach und wo müssen wir jetzt lang das würde mich jetzt echt mal interessieren wo müssen wir lang wo müssen wir lang ja Sigi komm her alter ich hab den Zehnschüsse in die Krise ey WTF okay können wir eine Granate da hochwerfen zack okay da hat sich das wohl erledigt wir müssen doch zu diesen Säulen da hinten wir können hier so ein Problem aus erreichen das ist eine Magnum jawohl Magnums finde ich echt geil ich liebe ich stehe auf solche Bums Waffen mal so ausgedrückt sop da hoch tschu ey da rüber ja geht doch kommt da da hoch sieht nicht so aus das ist blöd natürlich hey natürlich kommt er da hoch sonst wäre ja nicht Dave und Drake und da rüber und dahinter kommen wir doch zu den Säulen hey hallo sind das die Säulen hier ne da unten ok dann gehen wir da runter wo ist die Hübsche steht grad ein bisschen im Weg da oben war doch ein Schatz oder wartet mal ach nö kommen wir da jetzt nicht mehr hoch ach scheiße egal ok der Eingang zur Grupp sollte irgendwo hier sein und was sagt der gute Lawrence dazu gar nichts weiter kam er nicht und wir sollen es schaffen symbolisch ist ein Eingang durch zwei Säulen gekennzeichnet toll welche und ein Eingang zu was naja zu einem anderen Reich oder zu deinem Opferstätte oh das fühlt sich spaßig an brutal spaßig genau ok sollen wir das hier absuchen oder hier wie sieht es hier mit aus das ist wohl nix ok da hab ich auch grad schon mal schaut ja ok vielleicht hier mhm oder auch nicht dann wahrscheinlich hier oder er hat's oh äh was war das nein geben sie sie mir scheiße was ist das so ein Befehlspfeil oder wie was ist das das Tagebuch ok ok da ist wohl so ein Gift drin scheiße danke trau niemals Drake wo ist eigentlich Charlie wer weiß nein 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 oh oh scheiße das bedeutet nichts Gutes wer ist weg was zur Hölle hey Charlie bist du ok hä Charlie was zur Hölle schaut euch das an oh man was sollte die Geheimagenten scheiße hoffen wir mal dass die Dosis nicht zu hoch war oh nein 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 oh Mist scheiße das bedeutet nichts Gutes fuck wir müssen jetzt weiter ok du musst mich los hau bloß ab niemand will dich anfassen Charlie was zur Hölle war in dem Fall dein Gesicht blättert ab tja was auch immer es war mit der üble Hallos Charlie hör zu hey alles ist gut hau ab ich lass mich nicht mitnehmen hey niemand nimmt dich irgendwo hin mit komm komm doch einfach mit uns ok oh scheiße oh nein der Boden schmilzt fuck was war denn da für eine Voodoo Scheiße drin das bedeutet echt nichts Gutes scheiße wie wir müssen irgendwie den Gruft eingefinden wie machen wir das na Charlie hatte eine Spur ich weiß nur nicht genau was der Zauberstab des Magiers oh man der Zauberstab des Magiers lass mich nachdenken ok hermetisch vom griechischen Hermes was Säule heißt ok ja das wissen wir schon die sieben Säulen der Weisheit zwischen Gnade und Härte wartet wir haben es missverstanden es ist nicht der Raum zwischen den Säulen sondern die mittlere Säule ok was ne das stand in Charlie's Buch du hörst die Säule der Balance zwischen den beiden Extremen zwischen Schwarz und Weiß Wasser und Feuer ok ich verstehe so Mitteldingen genau der Mittelweg der Mittelweg ok guck mal da irgendwie hoch ok jetzt Hammerfett was ist das? Sally hilf mir hier mal wie kann man sowas bauen wie kann man sowas bauen das ist so crazy shit cool jetzt sind wir in so einem coolen Raum drin wo jemand der auch hinführt ach komm schon mit kleiner nein 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 schon gut Charlie komm schon woher oben und unten sind beide gleich ok na bitte hier lang ok jetzt wird's immer mysteriöser mysteriöser mysteriösischer höh der Mittelweg Kapitel 9 ok ihr geht vor ich helfe Charlie alles klar Angst hat er vor so engen Räumen komm lauf doch aber aber alles gut komm lauf du schaffst das ich glaube das wird nachher noch eine richtig heftige Auseinandersetzung geben Wir tischen uns beiden. Ja, toll, wir aber nicht. Warum gehen die auch vorne? Oh Gott, ich kann nicht atmen. Oh Gott, ich kann nicht atmen. Ich muss hier raus. Boah, der dritt durch. Boah, der dritt durch. Oh Gott, der dritt durch. Boah, jetzt sind wir aus dem Raum raus, endlich. Bin ich ein bisschen erleichtert. Da weiter. Oh nein, das ist mal klar. Scheiße, fuck. Nein, es attackierte uns. Dann verbrügel wir eben ein bisschen. Komm, verbrügel ihn ein bisschen. Ein bisschen wenigstens. Können wir nicht angreifen? Ne, anscheinend nicht scheiße. Wir ausweichen. Wahrscheinlich, weil wir nicht wehtun wollen. Aber nochmal. Wie er austickt. Ah, nein. Komm, lass. Nein, lass mich. Ich will hier nichts tun. Aber ich muss. Nix da. Komm. Ja, scheiße. Es ist ein bisschen blöd, dass wir ihn jetzt schlagen müssen. Aber. Wenn es nicht anders geht. Wenn er nicht anders wach wird. Hau ihn dann eben ein bisschen. Zack. Boah, der wird immer aggressiver, Scheiße. Kommt die anderen nicht. Oh, die können uns aber auch ein bisschen helfen. Ausweichen. Und jetzt. Wir können für den jetzt einfachen. Roundhouse Kick. Macht er natürlich nicht. Da will meine Gugel, oder? Gleich. Komm jetzt. Schlag, Schlag. Schlag. Wie lange geht denn der Kampf noch? Muss ich irgendwas machen? Nee, ich glaube nicht. Komm. Oh. Zack. Kann ich da reinflüchten? Okay, gut. Scheiße. Oh Gott. Nein. Scheiße, der erwürgt uns. Fuck, 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 fuck. Oh Gott. Charlie. Oh Gott. Stopp. Katze. Charlie. 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 Nein. Was machst du? Nicht. Charlie, du erwürgst nicht. Okay, du musst zuhören. Du erwürgst nicht. Charlie. Kommt das wieder zur Verstandung? Das sieht so aus gut. Boah, der hat uns jetzt aber echt übel zugesetzt. Komm, mach das gut. Geht's gut. Komm, steh auf. Geht's gut. Puh, das war echt jetzt knapp. Nein. 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 Geht's gut. Geht's gut. Mit dem würde ich auch nicht mehr sprechen, richtig? Okay, jetzt gehen wir aber bitte ein bisschen weiter. Warte mal. Wolltest du... Wolltest du mich wirklich erschießen? Ja, ich würde auch zuerst gehen. Denen würde ich jetzt nicht mehr vertrauen. Oder eher exakt dem Typ. Ja. Ah, ah, ah. Nein, nein. Noch drehe ich dir nicht den Rücken zu. Nach dir. Ich würde echt auch nicht als, ähm, ja, vor dem gehen. Oh, toll. Und dann hüllst du mir die Knarre an den Kopf und ich rauch Zigarre mit mit Churchill. Hey, seid nett, Jungs. Ja, kommt schon. Ihr habt's fast. Okay, wo müssen wir denn jetzt noch lang? Abhauen. Okay, da rennen wir ja gut. Okay, da geht's doch lang. Ich hab gedacht, wir müssen eigentlich hoch, aber egal. Okay, wo sind wir denn jetzt? Das sieht ziemlich crazy aus. Unglaublich. Amazing. Ja, das ist ein Globus, ist das das? Das Ding müsste sich drehen lassen, oder? Das ist mehr als nur eine Groft. Ja, der ganze Raum sieht aus, ja, in der Vorrichtung. Wann eine Tittbuch? Was ist Talbot? Weißt du noch? Was? Das hast du. Nein, hab ich nicht. Oh, verdammt. Das war nicht so klug. Was ist denn das da? Schau mal, der Kanal. Aha. Geht's da hin noch weiter? Schauen wir erst mal. Okay, sieht aus wie ein riesengroßer, fetter Dings da. Aber ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Aufnahme. Und wir beenden es gleich mal hier, warten bis es gespeichert hat. Und ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr mal einen Kommentar da lassen, wie ihr das Let's Play findet, wie ihr Uncharted findet. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Aufnahme wieder. Bis dahin sage ich ciao. Ciao. Vielen Dank.